Setzen Sie ein, ich bin oder ich bleibe. Ich bin zu Hause. Bei dir. Am Meer. Oben. Im Keller. In Indien. Im Bad. Ich bin auf dem Markt. Beim Essen. Auf dem Balkon. Unter der Dusche. Auf dem Spielplatz. Am Fluss. In der Türkei. Ich bin im Bett. Draußen. Auf der Terrasse. Im Regal. Im Kaffee. Beim Bäcker. In der Schule. Ich bin in Japan. Beim Spielen. Beim Spielen. Beim Friseur. Bei meiner Freundin. Bei meiner Freundin. Im Zoo. Im Park. In Algerien. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020